Gut, selbst entscheiden muss man sich noch für die technischen Geräte, die wir da in unser Leben lassen. Aber sind Smartphone, internettauglicher Fernseher, Tablets oder mitdenken Lichtschalter erstmal in unserem Heim und mehr als die Hälfte der Österreicher, für die geht's nicht mehr ohne, sind sie erstmal da, verändern sie unseren Alltag, verändern unsere Art zu leben, zu konsumieren und vor allem zu kommunizieren. Schöne neue Welt, über wollen wir reden, mit unserem Kommunikationsexperten Roman Seliger. Ja, wir geben ja immer mehr ab sozusagen, wir geben an das Navi ab, wir geben an das Smartphone ab, wir geben an das Tablet ab, an den Lichtschalter, der für uns mitdenkt. Hat das jetzt für uns nur Vorteile oder wo sind denn da die Nachteile? Also die technische Revolution, das was wir aus dem Raumschiff Enterprise gesehen haben, in unterschiedlichen Folgen, das ist längst da und es ist noch viel mehr da, als wir glauben. Und das ist ja gut, wenn sie uns Zeit erspart, also das heißt, wenn wir Ressourcen in andere Dinge stecken können. Dumm wird es dann, wenn wir auch die menschlichen Werte durch unsere Hightech-Geräte ersetzen lassen. Und ich glaube, da müssen wir schon aufpassen, dass wir gerade den jungen Menschen die beiden Welten zeigen. Einerseits die technische Welt, wo sie mittendrin stecken und dann unsere Welt, die Welt der Erwachsenen, die noch mit Werten zu tun gehabt haben, die ein bisschen Vergesserheit geraten. Blöd ist es nämlich, wenn man die Zeit, die man sich erspart, dann wieder ins Handy steckt und dann zum Beispiel nur über WhatsApp oder über Facebook miteinander redet und sich nicht mehr im Café trifft. Das heißt, da geht natürlich die Direkte der Kommunikation verloren. Richtig. Ich meine, ich will es mir gar nicht vorstellen, irgendwann mit meinem besten Freund und der so ein Computer oder ein Roboter bei einem Bier zu stehen und ihm meine Wünsche oder Träume zu erzählen. Wir bewegen uns schon ein bisschen in die Richtung, es sind Computer zum Beispiel oder Software, die mittlerweile Entscheidungen treffen, die Menschen gar nicht treffen können, weil sie so viele Datenmengen haben. Ja, Watson ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, der hat einmal angefangen bei der Quizshow bei Jeopardy die zwei Superhände zu schlagen. Mittlerweile hat er Medizin studiert, wird eingesetzt in Versicherungen, also da kommt einiges auf uns zu. Und diese künstliche Intelligenz ist was sehr Spannendes. Wahnsinnige Chance, auf der anderen Seite auch Gefahr aus meiner Sicht, wenn wir nicht darauf aufpassen. Und ich glaube, es gibt sogar bei den jungen Menschen so den Trend wieder zum Persönlichen, zum Gemeinsamen, abseits von WhatsApp und Co. Ich will ja nicht so kulturpessimistisch sein, ist das so, dass dieser Trend wieder rückläufig ist? Weil ich meine schon teilweise zu beobachten, dass man sich dieses Bedürfnis, sich mit jemandem zu treffen, schon fast abgewöhnt hat. Ich glaube, es kommt langsam wieder, weil einfach die Technik zu rasch fortschreitet. Also ich sage nicht von der Generation so 40 plus, die einfach fast nicht mehr mitkommen, sondern auch bei jungen Menschen, die sagen, jetzt spielen wir doch mal ein Spiel wie früher. Also ich glaube, es kommt auch schon mit dieser Überdruss, wenn wir uns überlegen. Es gibt weltweit, was schätzen Sie, wie viele Mobiltelefone bei 7,4 Milliarden Menschen gibt es? Es wird wohl viele sein, weil ich meine, Sie haben ja mehrere davon. Richtig, 8,5 fast. Und wissen Sie, wie viele Zahnbürsten es gibt? 3,5 Milliarden. Oh Gott, das sind Zahlen, die wollen wir nicht. Ja, aber das sind so Beispiele. Oder wenn wir uns überlegen, es werden, wenn ich diesen Begriff verwenden darf, weltweit doppelt so viele Mobiltelefone geboren wie Menschen. Also da gibt es schon einen Trend, ja, und man hat mit Managern einen spannenden Versuch gemacht. Man hat ihnen einmal das Mobiltelefon unter einem Vorwand weggenommen und hat gesagt, die sind leider verloren gegangen und hat dann gesehen oder man hat das analysiert, weil sie bei dem Versuch dabei waren, wo man die Körperwerte, die Laborwerte messen konnten. Die hatten Werte wie kurz vor dem Herzinfarkt. Und so Formulierungen wie, da steckt mein Leben drin in diesen Dingen, ja, das ist schon bedenklich. Und ich glaube, da müssen wir als Erwachsenen vorleben, dass es wunderschöne Werte gibt, wie Humor, Leichtigkeit, Freude, Begeisterung, um die wieder ins Spiel zu bringen. Weil ich glaube, das ist was sehr Wichtiges. Und vorleben, dass das Handy am Esstisch nichts verloren hat. Richtig, vollkommen richtig. Danke für das Gespräch. Danke sehr.